Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem Tutorial Zeugs Video. Ja, ich wollte mich erstmal für diese vielen Abonnenten bedanken, die... ...100 Millionen... ...41.946 Abonnenten, ausrufezeichen. Oha, Alter, vielen Dank dafür. Oh, äh, schade. Auf jeden Fall wollte ich euch mal ein paar Tipps geben. Nämlich für alle die Let's Player oder generell YouTuber zum Teil, aber hauptsächlich für Let's Player, die, ähm, ja, auf YouTube... ...keine Ahnung haben, wie die das mit dem geplanten machen sollen. Weil zum Beispiel Leute wie Gronkh, die jeden Tag verschiedene Videos hochladen, jeden Tag das Gleiche, aber halt, da ist es natürlich auch echt schwer, sich so um die, ähm, Thumbnails und, äh, Tags und all sowas zu kümmern und, ähm, was da so steht und all sowas. Und das, wenn man das immer wieder komplett neu machen müsste, dann wäre das echt richtig aufwendig und das kann man, glaub ich, gar nicht. Noch nicht mehr Gronkh, wenn er 24 Stunden am Tag daran arbeiten würde. Also zum Beispiel. Und zwar, ähm, zeige ich euch mal ein bisschen, wie ich das mache. Hier erstmal meine Videos. Entschuldigung. Nämlich habe ich hier, also, was ich auf jeden Fall in diesem Fall nutzen müsst oder solltet, sind die Standardeinstellungen für die YouTube-Uploads. Nämlich zum Beispiel hier die Beschreibung. Folge mich hier, join gayarmy. Und dann habe ich hier mir das ein bisschen einfach gemacht, ich weiß nicht wie ihr das macht oder wie ihr das machen wollt, aber ich habe mir hier die Playlist hier immer so reinkopiert, so mäßig, auch welche, die ich noch nie benutzt habe und nie benutzen werde vielleicht auch. Hier ein Download-Link, den kann ich euch mal zeigen, falls ihr das noch nie gemacht habt. Ja, also ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Hier also, ich habe das jetzt nicht so ernst genommen, also ich will das auch nicht für jeden Video-Spiel irgendeinen Link einfügen und so einfach so machen. Auf jeden Fall mache ich dann einfach hier, ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt zum Beispiel den Gaming-Sessel aufnehme oder so was, oder den Mordor-Schatten, dann nehme ich das alles hier weg. Hier weg, ne, das mache ich jetzt mal nicht, weil das soll alles da bleiben. Ja, dann habe ich das eigentlich, das ist ganz einfach. Hier mache ich vielleicht noch ein bisschen was drüber und hier mache ich immer, hier habe ich das einfach so, also generell, das würde ich auch so machen, dass man das immer, also nach einem bestimmten Schema macht, sage ich mal. Dann hier zum Beispiel, ähm, Mongo-Party hoch 3, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, das würde ich immer so, nicht immer so durcheinander machen. Naja, und wie ihr seht, habe ich hier bei den Tags gar nicht stehen, das muss auch nicht so sein, aber auf jeden Fall, ja, hier habe ich noch ein bisschen in der Beschreibung. Weil ich habe mir für die Tags was so gemacht, dass ich mir so einen Ordner gemacht habe für die Tags. Hier seht ihr auch Sachen, die ich noch nie, ähm, wirklich benacht gemacht habe oder noch nie machen werde. Auf jeden Fall jetzt zum Beispiel hier bei Mordor, das ist jetzt hier, ähm, ja, da seht ihr erstmal der Adi und all sowas. Ihr solltet auf jeden Fall euren Namen da einfügen. Also, das ist erstmal ein PXT-Dokument, für die, die das nicht wissen. Und, äh, ich habe jetzt einfach mal dreisterweise Adi, diesen Typen da, eingegeben. Ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen, ich mache das einfach nur, weil ich einen ähnlichen Namen habe. Auf YouTube so ein bisschen, also, ihr wisst, was ich meine, so Adi, 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 Adi. Oh ja, ihr wisst, oh ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich hier dann noch, ja, alles Mögliche eingefügt, dass das alles, alles, was ein bisschen was damit zu tun haben kann. Oder mit meinem Namen oder mit dem Spiel, zum Beispiel Gronkh Mordor Schatten, Let's Play Mordor Schatten, Shadow of Mordor, Mordor Schatten PewDiePie, Mordor Schatten Crack, weil ich glaube nicht, dass es sowas auf YouTube gibt oder es gibt bestimmt viele, die sowas auf YouTube suchen, es kann ja sein. Mordor, Let's Play, was auch immer, also alles Mögliche, was damit zu tun hat. Was ich dann mache ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier einfüge, ähm, und dann hier, mache ich da noch ein Komma und dann schreibe ich noch irgendwas anderes dazu. Also, was zu der Folge selbst passt, ne? Also, halt nicht nur das, sondern halt was, woran man die Folge selbst auch erkennen kann. Ja, ähm, das war's eigentlich hiermit. Also, auf jeden Fall würde ich immer, ich würde nie immer hier alles gleich haben. Und ich hab das hier in so Bereiche geteilt, sowas, was in jeder Beschreibung drin ist und sowas ist dann hier halt. Der Titel, ja, ist klar, hab ich alles schon gesagt. Werbung, also, falls ihr's noch nicht bemerkt habt oder ein Ad-Blogger hat, ich mache hier auch Werbung auf meinen Videos. Und, äh, ja, das könnt ihr vielleicht auch machen, wenn ihr einen AdSense-Account habt oder YouTube-Partner ist, was allmählich ja echt leicht geworden ist. Ja, ich speichere das mal einfach. Entschuldigung. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, ich, Videosprache, Deutsch, Game, ich würd das alles so einstellen, wie ihr das halt immer habt, ne? Ganz einfach. In Videoprogramme. Äh, in Video. Nicht in Video, okay. Ähm, hier hab ich einfach irgendeinen Subscribe genommen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Dann, äh, hab ich hier ein gewandtes Video gemacht, weil, ich meine, man kann das, man kann das auch abschalten, man kann das wegflicken und dann ist gut. Aber, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dann hat man immer was. Hier hab ich immer das neueste Video, glaube ich. Ja, dein neuestes Video und das Ende des Videos. Ich glaub, wenn man das am Anfang macht, geht noch nicht mehr, glaube ich. Dann, ja, ist das, glaube ich, nicht so gut. Und generell würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer die Videos auf Plattformen zu teilen. Ich würd euch einfach, ich würd einfach mal auf Facebook und Twitter und sowas eine eigene Seite machen. Kostet ja nichts und kann eigentlich nur Vorteile bringen, außer man macht da irgendeinen Scheiß, jemand, ja, oder so. Twitter, hier, dass ihr, falls ihr da noch nicht drauf seid, könnt ihr euch das hier mal angucken. Naja, und jetzt wollte ich euch auf jeden Fall nochmal was empfehlen, nämlich die YouTuber-Liste. Das ist einfach, das ist was ganz Einfaches. Das ist so eine Seite, auf der ihr euren Kanal oder andere Kanäle verlinken könnt oder veröffentlichen könnt. Also, sozusagen, Kanäle, die euch gefallen oder eure eigenen. Also, ich mach das jetzt mal, ähm, hier, zum Beispiel, auf dem Kanal. Alter, ernsthaft, halt's! Und nun wollte ich euch noch einmal einen Tipp geben oder eine Anregung oder einen Tipp oder eine Idee oder bla. Nämlich in ein YouTube-Netzwerk zu gehen, wie zum Beispiel Mediakraft, wo ich drin bin. Ich hab manchmal echt gedacht, was bringt mir das jetzt, also, das bringt jetzt nicht so viele, mega viele große Funktionen oder Fähigkeiten, die nur wir haben, oder die man nur als Mediakraft-Netzwerk-Mitglied irgendwie, ähm, hat. So, und jetzt kommt noch was, nämlich wollte ich euch zwei richtig geile Kanäle empfehlen. Einmal den Includer. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Trailer. In diesem Trailer erfahrt ihr so, was euch auf meinem Kanal erwarten wird. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Uh, da ist jetzt eben einer gespawnt. Nein! Uh, nein! Hier, nimm mal ein Schwert, nimm mal ein Schwert, nimm mal ein Schwert. Hau drauf! Oh, nein! Ich kenne sie mir da raus. Ja, natürlich, das sieht mit der Faust. Okay, jetzt ist es fertig. Haha, ich schlag noch. Was für ein ganzes Fumalz. Nein, nein, das war ich nicht, das war ich gar nicht. Den hab ich auch jedes Mal unten in meinem Video stehen und all sowas, aber der ist echt geil. Ich finde, ganz ernsthaft, er kann richtig gut kommentieren. Und er hat jetzt, er hat viel später als ich angefangen und hat über 500 Abonnenten und hat die echt verdient. Also ohne Scheiße, er macht das so gut. Er macht sein, ohne Scheiße, er macht seinen Job so gut. Ich finde, er kommentiert richtig gut. Das wollte ich euch nur mal sagen. Guckt euch den Kanal mal an. Dann hab ich noch einen Kanal, den ich euch empfehlen würde. Und der ist auch echt heftig. Nämlich BroGamerView. Hey Leute, ihr seid nächte durchzockende Gamer und wollt alles über aktuelle Spiele und Trailer wissen und vielleicht sogar noch einen kleinen kurzen Einblick in die Gaming-Branche bekommen? Dann seid ihr bei mir auf jeden Fall genau richtig. Denn hier auf BroGamerView gibt's alles rund um Gaming und Gigstuff und das ganz ohne ständige, nervige, Jumpcuts nach jedem Wort. Dafür präsentier ich das aber auf meine Weise. Jeden Sonntag beispielsweise findet ihr die neuesten Infos zu Spielen und Trailern der Woche in meinem Format NewsView. Außerdem erscheint einmal monatlich ein Unboxing namens Let's Loot, in dem ich die Loot-Chest auspacke, die prall gefüllt ist mit epischer Gaming- und Geekbeute. Und dann gibt es von mir natürlich auch noch Spielevorstellungen zu bald erscheinenden Krachern. Natürlich findet ihr auch noch viele weitere Formate auf meinem Kanal und viele weitere werden demnächst auch folgen. Also ist es wohl das Beste, wenn ihr mich einfach abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns dann in einem meiner alten oder demnächst erscheinenden Videos und bis dahin habt ihr schöne Zeit und haut rein. BroGamerView, der macht seit Ende 2013 Videos, seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Das ist auch geil. Auf jeden Fall macht er echt heftig geile Videos. Das war's auch schon mit diesem Video. Deshalb sicher ich euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Guckt bei diesen Kanälen vorbei und liked meinen Kanal. Mir geht gar nicht, aber egal. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.